Für mich gehört in die Adventszeit der Adventskranz auf jeden Fall dazu. Das Grün, der Tannen und natürlich müssen es rote Kerzen für mich sein, das macht für mich den Reiz auch der Adventszeit aus. Gerne sitze ich dann abends da beim Tasse Tee, beim Buch oder mit meiner Familie oder mit Freunden und wir treffen uns dann im Advent. Dann brennt eine oder zwei oder drei oder vier Kerzen. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, woher der Adventskranz kommt. Er wurde nämlich erfunden von Johann Hinrich Wichern im Rauenhaus in Hamburg. Das war schon vor über 150 Jahren. Und in dem Rauenhaus, da wurden Straßenkinder aufgenommen, Waisenkinder. Das war eine Einrichtung der Diakonie, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen. So ein Haus gibt es auch in Hasloch. Heute heißt es der Jugendhof, früher einmal im 19. Jahrhundert gegründet als Rettungshaus. Wichern wollte den Jugendlichen Hoffnung geben und das Warten auf Weihnachten etwas verkürzen. Deshalb hat er so einen Kranz gemacht. Und die roten Kerzen sollten dann signalisieren, Gott kommt in die Welt. Es gibt Hoffnung für Menschen und es gibt Hoffnung auch für euch Jugendliche. Über viele Jahre, über Jahrzehnte, habe ich so einen Adventskranz geschenkt bekommen von meiner Mutter. Die hat jedes Jahr aus frischen Tannen so einen Kranz für mich und unsere Familie gebunden. Und so hat dieser Kranz nicht nur mich verbunden mit Gott und mit der Hoffnung im Advent, sondern auch jedes Jahr aufs Neue mit meiner Mutter. Im November ist meine Mutter gestorben. Ich weiß noch nicht, woher ich dieses Jahr einen Adventskranz bekomme. Ob ich lerne, selbst einen zu binden. Oder ob ich einfach nur Kerzen aufstelle und etwas Tannengrün. Aber ich weiß, das Grün der Tannen erinnert mich an die Hoffnung. Und die Kerzen, die ich anzünde, die erinnern mich auch an das Licht, das Gott in uns zur Dunkelheit bringt. Und der Kranz, der steht für mich für eine Vollendung. Sie steht noch aus. Unser Leben ist immer ein Fragment. Es bleibt Stückwerk. Aber Gott wird unser Leben vollenden. Darauf hoffe ich auch im Advent. Und deshalb ist mir der Adventskranz jedes Jahr so wichtig. Ihnen einen guten Advent. Und dann wird das Ende. Und dann wird das Ende. Und dann bitte das Ende. Für mich ist es nur ein Fragment. Und dann wird das Ende. Und dann wird das Ende. Untertitelung des ZDF, 2020